Daniel, da braucht man vielleicht Platz. Gut, ja, schön, dass ihr mitgekommen seid. Wir hatten ja mit einigen jetzt von euch und von Ihnen einen schon längeren Spaziergang hinter uns. Sie sind wahrscheinlich froh, dass wir jetzt ein bisschen sitzen können und in Europa trinken können. Andere sind jetzt neu dazu gestoßen. Wir wollen uns jetzt in der kommenden Stunde, knappen Stunde, über das Thema Zweckentfremdung und Leerstand unterhalten, insbesondere Leerstand, und haben dafür tolle Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner dabei, die wir am Stadtplatzieren dabei waren, die sich die meisten schon kennenlernen. Ich stelle die Truppe noch mal vor. Ganz außen Martha Klee-Dürfer, die ist Bezirksvorsitzende in der Mitte und in der BVV-Fraktion der Mitte für Stadtentwicklung und Wohnungszuständigkeit. Und Verkehr. Nee, ist heute nur perliefelhaft Thema. Genau. Daneben Niklas Schenker, der ist Wohnungs- und Mietpolitischer Sprecher in der Abkommenhaus-Fraktion und hat seinen Wahlkreis eigentlich in Charlottenburg und ist auch Charlottenburger, du wohnst da auch, oder? Ich wohne jetzt in der Nähe. Du wohnst jetzt ja hier, genau, aber du bist sozusagen da aktiv. Also insofern sozusagen der perfekte Brückenbauer von Charlottenburg in den Wäldigen. Neben mir sitzt Katrin Nobscher, der einen und der anderen sicher bekannt als frühere Senatorin für Baum und Wohnen. Und Stadtentwicklung und Wohnen. Stimmt, jetzt heißt es Baum und Wohnen. Stadtentwicklung und Wohnen, das waren auch ganz andere Zeiten. Jetzt heißt es immer noch Baum und Wohnen, Stadtentwicklung machen wir es nie mehr. Und eine der Erfinderinnen des Zweckentfremdungsgesetzes, beziehungsweise Weiterentwicklerinnen des Zweckentfremdungsgesetzes in der vergangenen Legislaturperiode und Experten für Stadtentwicklung und Wohnungsbau und ähnliches. Herzlich Willkommen. Und ganz außen sitzt Daniel Diekmann, Vormieter bei der Habersatzstraße und langjähriger Aktivist im Bereich Stadtentwicklung. Wohnen, nicht so sehr bauen, du bist schon eher wohnen und... Das Bau-Thema lassen wir mal ein bisschen raus. Ich weiß nicht, was wird stört. Vielleicht geht es gleich wieder. Nee, hier auch stört nicht. Genau, Herzlich Willkommen. Euch noch einmal. Ich werde euch gleich am Anfang sozusagen eine Runde spezifische Fragen stellen, jeweils zu den Arbeitsfeldern, die ihr so habt. Und dann gehen wir hier ganz schnell in die Runde mit den Menschen aus dem Publikum. Genau. Andi Klaas, zu Beginn die erste Frage. Also wir haben ja schon Leerstand seit langem, auch wenn er schon mal höher war in Berlin, als er heute ist. Und trotzdem ist es bei diesem Druck, den wir auf dem Wohnungsmarkt, ich sage so ungern Wohnungsmarkt, ehrlich gesagt, also ich sage über eine Versorgungslage, den Druck, den wir da haben, ist natürlich Leerstand ganz besonders ärgerlich. Und würdest du sagen, dass der Leerstand, den wir in der Stadt haben und der aktuelle Müttenwahnsinn, also die Explosion und Steigerung der Mütten, dass es da ein Zusammenhang gibt? Also erstmal ist es glaube ich ganz gut, dass du nochmal darauf hinkommst. Das heißt ja auch immer, wir haben so einen niedrigen Leerstand in Berlin und das ist ein Anzeichen dafür, dass wir mehr Wohnungen bauen müssen. Und da ist ja irgendwo schon was dran. Wenn man sich anschaut, dass es so zu Anfang der 2000er Jahre ja eine sehr hohe Leerstandsquote in Berlin war, vielleicht jetzt. Und dass man deswegen sagen kann, das ist jetzt kein großflächiges Problem in Berlin, dass wir massenweise Leerstadt haben. Und trotzdem ist es so, dass, hier in Wedding haben wir heute bei der Tour kennengelernt, aber auch von vielen anderen, ich würde sagen auch in den Innenstadtbezirken, wir immer wieder ganz viele Fälle von diesem besonders spekulativen Leerstadt haben. Also wo Nachbarn und Nachbarn in den Kiezinitiativen wissen, da würde eine Wohnung nach der anderen leer gezogen und da gibt es irgendwie ein Interesse von einem Eigentümer, der das ganze Haus am liebsten järzen möchte, häufig auch mit dem Ziel, das vielleicht später abreißen zu wollen, um da teure neue Wohnungen reinzubauen. Und ich glaube, die Motivation dahinter ist jetzt technisch ausgedrückt oder theoretisch ausgedrückt zu einer Ökonomie, die Ertragserwartungslücke. Also zu sagen, wenn ich eine relativ geringe Bestandsmiete habe, dort in der Mieter noch drin wohnen und ich darauf spekuliere, dass ich zum Beispiel, wenn da leer gezogen ist und ich einfach sehr teuer wieder vermiete oder aber sehr teuer modernisiere oder aber sogar das Haus komplett abreiße und irgendwie das Wecken von dem Verbotsgesetz, sperriger Name, aber wirksames Gesetz eigentlich, wenn ich das irgendwie umgeben kann, dann kann ich eben auch eine deutlich teurer Miete, die dann irgendwie nicht mehr bei 4 oder 5 Euro umstand, sondern vielleicht bei 12, 13, 14, 15 Euro oder sowas in der Richtung umgeht. Also insofern sind gerade diese Fälle von spekulativen Leerstadt, davon gibt es wirklich eine ganze Reihe in Berlin, die auch immer mit sehr wilden Geschichten verbunden sind, die wir ja auch heute gesehen haben, sind die doch mal zu einer eindeutigen Motivation tatsächlich einfach zuzuordnen. Gerade dafür ist ja auch dieses Wecken von Verbotsgesetz eigentlich der wichtigste Hebel, weil man einfach sagt, man macht Abriss von Wohnraum eigentlich extrem unattraktiv, das ist im Grunde genommen eine Spekulationsbremse eingebaut, weil wenn ich eine Wohnung neu bauen muss zu eben unter 8 Euro, den Quadratmeter, genau das sagt das Gesetz aus, dann weiß jeder, zu 8 Euro kannst du ohne den Anspruchnahme von Fördermitteln heute keine Wohnung bauen. Und insofern ist das eigentlich ein sehr wirksames Gesetz, aber es gibt eben ein ziemlich erhebliches Umsetzungsdefizit in den Bezirken, würde ich sagen. Und auch darüber haben wir ja heute schon eine ganze Menge erfahren. Ja, Dankeschön. Das Thema Zwecke von uns vom Wohnungsgesetz kam gerade schon, Katrin. Ihr habt es ja damals sozusagen mitentwickelt, letztendlich ist der Todperiode. Eigentlich ein relativ scharfes Schwert. Und wenn jemand ein Haus leerstehen und so verwotten lässt, wie das wir heute gesehen haben, dann gehört da schon ein bisschen eine Portion krimineller Energie dazu, um das Gesetz zu umgehen oder dem System zu widerstehen. Kannst du mal erzählen, welche Instrumente dieses Gesetz vorsieht und was man gegen den Herstand eigentlich von öffentlicher Seite machen kann? Na ja, man kann auch hier nochmal ein bisschen zurück in die Geschichte gucken. Es gab bis 2001 ein Zweck-Infarmungsverbotsgesetz in Berlin. Und das ist durch Klage von Eigentümern seinerzeit gekippt worden, und zwar wegen der entspannten Wohnungsmarktlage. Deshalb war es dann irgendwie folgerichtig, dass es in der zunehmenden Anspannung der Situation dann dieses Gesetz wieder hergestellt worden ist. Das hat ja noch der Senat, der Müller-Senat gemacht. Allerdings haben die das, sag ich mal, relativ zahnlos ausgestaltet. Und es war dann in der letzten Legislatur ein wichtiges Thema. Also mir war immer ein wichtiges Anliegen zu sagen, es geht nicht nur darum, Ferienwohnungen irgendwie zu sanktionieren, sondern es geht darum, Leerstand und Abriss. Das sind auch Zweck-Infarmungen einzudämmen und Eigentümern sozusagen mit scharfen Instrumenten zu begegnen. Und die verschiedenen Verschärfungen des Gesetzes haben erstmal die Fristen verkürzt. Also Leerstand ist schon nach drei Monaten gesetzwidrig. Also bis zu drei Monaten geht man davon aus, Mieterwechsel und Herrichtung der Wohnmacht dauert einfach ein bisschen. Also bis zu drei Monaten ist ein tolerabler Zeitpunkt. Das war am Anfang sechs Monate. Das ist verkürzt worden auf drei Monate. Dann ist die Mietobergrenze für den Ersatzwohnraum eingeführt worden. Extrem wichtige Sache, weil davor war es tatsächlich möglich, ich reise billigen Wohnraum ab und ich baue teuren Wohnraum. Und damit habe ich den gesetzlichen Ansprüchen Gemüse getan. Und dann haben wir natürlich auch die Erfahrung gemacht, dass es Eigentümer gibt. Und darum gibt es ja, die sind einfach irgendwie auch nicht in der Lage. Es gibt also auch Eigentümer, da mag es sein, dass die Erden daraus spekulieren, aber die selber sind gar nicht in der Lage, ihren Wohnraum irgendwie zu erhalten oder wieder herzurichten. Deshalb ist eine sogenannte Treuhandlösung entwickelt worden, dass also auch für den Eigentümer, also die öffentliche Hand kann, wenn der Eigentümer nicht will, sogar nicht in der Lage ist, kann er auch einen Dritten einsetzen, der dann die Maßnahmen des Eigentümers durchführt, auf dessen Kosten, also mit den Erträgen sozusagen diese Maßnahmen erwirtschaftet. Und irgendwann kann es dann wieder als wirtschaftliche Verfügung des Eigentümers zurückgehen. Das kann aber auch über den Treuhelmer zum Beispiel dann an einen Dritten weitergegeben werden. Also auch meine Einschätzung zu dem Zwecke von uns Verbotsrecht ist die, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die Regelungen, die in Bezirken dafür sorgen, dass das gleichermaßen anzuwenden ist, die sind ausreichend. Und trotzdem sehen wir Umsetzungsdefizite in erheblichem Umfang. Und das hat zum einen zu tun mit, also es gibt Bezirke, die sind da einfach politisch unwillig, muss man so sagen. Dann gibt es Bezirke, die erklären, die haben nicht genug Leute, sind aber gleichzeitig diejenigen, die dafür sorgen müssen, dass es mehr Leute gibt. Also das Argument, wir haben keine Leute, weil wir so viel sparen mussten, das hat vielleicht vor fünf Jahren noch ein bestimmteres, stimmt heute nicht mehr. Das heißt, da werden einfach falsche Prioritäten gesetzt. Und dann gibt es ein ganz wesentliches Hemmnis, das sind die öffentlichen Mittel, die man im Zweifel für ersatzhafte Maßnahmen aufwenden muss. Dafür haben Bezirke in Erlebn gar kein Geld. Das heißt, da müsste der Solat einspringen, müsste einen entsprechenden Ersatzmaßnahmen von einrichten oder eine Finanzierungszusage geben, wie auch immer. Also das haben wir in der letzten Lebensjahr vorhin nur so gemacht, weil da ist eine Finanzierungszusage, damit Bezirke loslaufen, das Gartenbarnusterbezirke, die das dann auch verfolgen, der Berufsstündegaden hat sich da in besonderer Weise ausgezeichnet, auch Mitte hat, in einem oder anderen Fall, mit ein bisschen mehr Nachdruck verfolgt. Also ich glaube, wenn man sich jetzt politisch mit dem Thema beschäftigt, dann muss man die Übersetzung dieses Gesetzes auf der Bezirke massiv verbessern. Super, Stichwort. Dankeschön. Martha, du bist ja Bezirksverordnete und hast jetzt viel mit diesen Einzelfällen zu tun, treibste Anfragen usw. welche Instrumente hatte der Bezirk und wie nutzt zum Beispiel Mitte diese Instrumente, diese anderen Handtage oder hast du den Eindruck, da könnte mehr gehen? Es wurde mir jetzt schon ein paar länger dazu gesagt, also im Bezirk, das eigentliche Problem ist, dass das Bezirksamt oft gar nicht erst auf die Idee kommt, wo ist denn eigentlich der Stand? Also ich glaube, das ist der erste Punkt, dass wir eigentlich das Bezirksamt dazu bekommen müssen, und es ist jetzt gerade der Versuch, das tatsächlich proaktiv zu gucken, wo ist denn eigentlich der Stand, wo stehen Wohnungen leer oder wo stehen Wohnungen eigentlich Ferienbindungen, obwohl sie das nicht sein sollen. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass dann eigentlich das Bezirksamt in unserem Fall jetzt in Mitte, ich weiß nicht, wie es in anderen Bezirken, das ist mit dem Gezirken, wo wir das doch in den letzten Jahren auch so, sehr lange geprüft, was ist da eigentlich los. Dann dauert das irgendwie ein halbes Jahr oder auch länger. Das ist eigentlich auch schon sehr anderlich. Aber eigentlich hätte das Bezirksamt die Möglichkeit, da Bußwälder für zu verteilen, wenn Wohnungen leer stehen. Also das ist eine Ordnungswidrigkeit und da kann ein Bußwälder von den Estimalkenregionen auch hoch verteilt werden. Und wenn das ganz besonders schlimm ist und Wohnungen oder Häuser leer stehen gelassen werden und teilweise auch verfallen gelassen werden, dann kann man irgendwie ein realisanteren Treuhänder einsetzen. Das Ganze geht auch auf Kosten des Eigentüers. Das ist zum Beispiel bei uns nach Osdorstraßen im 116 A ist der Fall, dass da ein Haus ganz lange der Steigen lassen wurde und dann teilweise verfallen ist. Das ist natürlich höchst ärgert. Da kann man irgendwie, wenn man sich nicht 100 Leute von wohnen. Stattdessen steht es seit Jahren, Jahrzehnten leer. So, genau. Deswegen ist unsere Strategie momentan in der Bezirksverordnetenversammlung und darüber hinaus eben das Bezirksamt zum einen darauf hinzuweisen, wo ist eigentlich der Wohnraum, der der steht gerade und immer wieder den Finger auch in die Hunde zu drücken. Deswegen schreibt wir jetzt gerade sehr regelmäßig Anfragen und weist das Bezirksamt darauf hin und dann im zweiten Schritt fragt man ihn nochmal nach. Also weil das Bezirksamt auch ganz oft einfach nicht antwortet oder sehr lange gebraucht ist, antwortet. Das ist ja leider auch so ein Problem, dass man als Bezirksverordnete gar nicht so ein gutes Mittel hat, wie jetzt ihr zum Beispiel mit euren Herrenfristen im Abgeordnetenhaus. Das wird bei uns dann doch eher schleifen lassen. Aber genau. Deswegen, wir weisen es ganz oft darauf hin, wir schauen darauf und wir teils sind auch mit, dass wir darauf schauen und dass wir ein sehr enges Auge darauf haben. Und inzwischen ist es natürlich auch das Thema Leerstatt bei der Presse angekommen, dass das ein größeres Problem ist, gerade hier wie schon gesagt wurde, im Innenstattraum. Dankeschön. Daniel, ihr habt das Heft des Handelns ja dann selber in die Hand genommen und sozusagen wurde es schon lange glaube ich in der Paparellenplatte in der Habersatzstraße und dann kam es zu den Besetzungen, die glaube ich auch sozusagen ein bisschen in Kooperation zwischen älteren Rüterinnen und den Besetzerinnen stattgefunden haben. Was habt ihr denn alles gemacht, sozusagen um jetzt, also welche Schritte seid ihr gegangen bis zu dem Weg, wo ihr jetzt seid, dass ihr sozusagen zumindest erstmal dort wohnt und wohnen bleibt und jetzt weiter kämpft, um wohnen bleiben zu können? Ja, die Rede ist ja immer von zwei Besetzungen, aber es waren natürlich insgesamt drei. Das heißt, uns hatte man ja als Langzeitmieter mit unbefristeten Charité-Werksmietverträgen zum 1. Mai 2019 mit einer Verwertungskündigung Paragraf 573 BGB gekündigt. Der Eigentümer macht recht von seinem wirtschaftlichen Verwertungsrecht und da hat das Gericht ganz klar gesagt, also Werksmietverträge sind eine Sonderform der Mietverträge und wenn man das kauft, dann weiß man ja, was man da kauft. Und dann haben wir entschieden, wir geben unsere Schlüssel nicht zurück und machen quasi eine Anschlussbesetzung und bleiben da. Wir sind ja gekommen, um zu bleiben. Ja, und aufgrund der guten Vernetzung unserer Standinitiative von der IG Habersaar und auch von der Neuen Hermann Mitte unserem Hausverein, den wir 2006 gegründet haben. Auch das ist ja schon der Name, Neue Heimat Mitte. Also wenn da die Leute richtig zugehört hätten, hätten sie verstanden, was das bedeutet. Aber die meisten Leute heilen ja gar nicht zu. Und ja, dann gab es eben durch die guten Vernetzungen in der Stadtpolitik, in die Stadtteilinitiativen. Wir sind lange beim Bündniszwangstrahlung verhindert, organisiert Mieten, Bündnis geht, wir haben auch noch Mietenwahnsinn. Und jetzt eben auch das neue Bündnis gegen Abriss, weil wir finden, Abriss war gestern schon scheiße. Und jetzt kommt das ganze Thema mit der Klimapolitik dazu, da kommen wir gleich noch zu. Aber dann gab es eben diese Idee, ob man eben da dann den Leerstand von 85 Wohnungen, die also zweckentfremdet über das Bezirksamt, über die damalige Stadträtin entsprechend dann gerichtsfest bescheidet waren und ob man das nicht irgendwie wieder belegen kann. Und ich bin ja als Mieter, war gerade der Sprecher für die Langzeitmieter, die da als die längste rund 38 Jahre und die haben gesagt, naja, alles ist besser als Leerstand. Und das ist ja auch besser für uns, weil das einfach auch irgendwann so eine Art, ich will nicht sagen gruselig, aber es ist schon eine komische Situation, also wenn du dann irgendwie in so einem Aufgang mit 24 Wohnungen bist, du nur noch mit 5 Menschen. Als ich da eingezogen bin Mitte der 2000er, ich wohne da jetzt fast 20 Jahre, da waren dann noch diese Austausch, asiatischen Austausch, Ärzte und Krankenschwestern aus DDR-Zeiten, die dann noch Verträge hatten, Familie Sau, Dr. Hu und Dr. Schau und so und das war natürlich sehr bunt und sehr lebendig und manchmal hat uns das natürlich genervt, wenn das so ein bisschen nach den Reiskochern war, aber dann war es natürlich irgendwann so tot, dass dann eben die Nachbarn nach und nach verdrängt wurden, also mit den abenteuerlichsten Methoden und ja, deswegen ist alles besser als Leerstand, weil Häuser sind zum Wohnen da und nicht zum Spekulieren und wie kann das eigentlich sein, dass völlig energetisch saniert Wohnraum, der möbliert ist, der also auch schon einmal komplett in Stand gesetzt ist. Ich will es nicht verschweigen, unsere Wasserleitungen sind scheiße, also da hat damals schon die WBL nichts gemacht und auch die Charité Facility Management und deswegen haben sie es wahrscheinlich auch zum Schleuderpreis von 2 Millionen verhückert 2005. Aber was ich nicht verheben möchte ist, es gab damals einen tollen Finanzsenator, der hieß Thilo Sarrazin, der eine oder andere kann sich vielleicht an ihn noch erinnern und der hat uns ganz klar gesagt, also sie müssen sich keine Sorgen machen, für sie ändert sich gar nichts, denn Kauf bricht, Miete nicht. Er hat recht gehabt, es hat sich alles geändert, also seit 15 Jahren sind wir im Dauerstress und wo man eigentlich sagt, naja, bei dem Anladen Vorkaufsrecht das ist vielleicht ein Sprint und ein Marathon, aber ich mache jetzt gerade meinen dritten Ironman auf Rabersad und dann so viel erstmal dazu. Ja, dankeschön. Also der Bezirk spielt ja eine größere Rolle auch in eurer Geschichte, sozusagen wo es ja um die Frage geht, wer kommt da rein, gibt es den Abbruchsantrag, über den haben wir vorhin schon gesprochen, wird dem stattgegeben oder nicht, welcher schmutzige Deal findet da möglicherweise statt oder auch weniger schmutziger aber Deal auf jeden Fall. Was erwartest du denn vor Bezirk jetzt in Zukunft sozusagen, wie der Bezirk sich weiter verhält? Ja, also wir haben natürlich jetzt ganz klar Beforderungen, es sind ja unglaublich viele positive Dinge in den letzten Tagen oder Wochen passiert, unter anderem wegen dieser Beschluss vom Bundesverfassungsgericht zu den Anträgen der Vermieter über das Oberverhaltungsgericht Berlin-Brandenburg und nach fünfjähriger eingehender fünfjähriger Prüfung hat man entschieden, dass die Anträge wenig substantiiert sind. Also da ist kein Fleisch am Knochen und wir haben den den ganzen Brocken wieder vor die Füße geschmissen nach Berlin und haben gesagt macht eure Hausaufgaben, weil die Zirk-Entfremdung ist gut und jetzt seht mal zu, dass er da in die Klötze kommt. Niklas hat das eben schon gesagt mit der Soaresstraße. Unsere Eigentümergesellschaft, die Arcadia Estate hat ja so eine Anklatschungsklage, Editionsklage heißt das, damit gemacht und hat natürlich jetzt also dringend gehofft, dass eben dieses Verfahren jetzt weiter, dass es endlich ein Urteil gibt, also um die Sache mal klar zu machen. Das Urteil sollte am 14. Oktober gefällt werden, dann am 15. Dann im November, dann im Januar, dann im März, dann im Mai. Also es wurde immer wieder verschoben, dann kam das Bauland-Mobilisierungsgesetz, was auch wohl noch positiv irgendwie die Zweckentwicklung reinspielt. Ja, und jetzt fällt die ganze Schose aus und was macht jetzt der Bezirk? Der Bezirk setzt natürlich die Langzeitmieter unter Druck und hat sich jetzt erklärt, dass eben auch die neuen Bewohner, die jemals obdachlosen Menschen, dort keine Bleibeperspektive haben sollten. Da war ja von Anfang an die Rede von, nach der zweiten Besetzung durch die Aktivisten, war klar, also die Leute brauchen auch eine Bleibeperspektive, damit sie eben dann auch entsprechend irgendwie zur Ruhe kommen können. Und da hat jetzt der Bezirksbürgermeister von Dassel ganz klar einen Rückzieher gemacht und meint eben, er könnte aufgrund der ganzen rechtlichen Lage und wie die Situation jetzt eben aussieht, dann den Eigentümer nicht weiter unter Druck setzen. Wir haben da ganz klare Forderungen. Wir sagen also, aufgrund dieser ganzen rechtlichen Situation, die jetzt in den letzten 14 Tagen sich noch dramatisch gewandelt hat, muss das Bezirksamt sofort einschreiten. also 85 Wohnungen, wir haben es eben schon gehört, 500.000 Euro Strafe, macht 42,5 Millionen. Und als Vorstand der Neuenheimert Mitte sage ich ganz klar, wir fordern sofort die Gebäugehaft gegen den Geschäftsführer Dr. Andreas Bichotter. Den würde ich erst mal von den 42,5 Millionen 20 Millionen Kaufpreis abziehen. Da wollen wir nicht so sein, zweieinhalb Millionen nochmal in Schädigung und dann schuldet er den Bezirk 20 Millionen Euro. Das ist aber sofort fertigzustellen, weil dieser einstweilige vorläufige Rechtsschutz, der ist nämlich gar nicht mehr gegeben jetzt, weil die Voraussetzungen gar nicht mehr stimmen und dementsprechend muss der jetzt auch endlich der Bezirk mal in die Puschen kommen und in die Pötte kommen und jetzt das auch mal umsetzen und sagen, so, jetzt habt ihr uns jahrelang an der Nase rumgeführt und jetzt ist mal Feierabend hier mit diesen ganzen Klimmzügen, denn jetzt muss es ja irgendwie auch weitergehen. Deswegen heißt es ja Stadtentwicklung. Das heißt ja nicht Stadtbremse oder Stadtrückwärtsgewandt, sondern Stadtentwicklung und da haben wir ganz klare Forderungen, weil das ja so bedeutet. Dankeschön. Ja, Niklas, die Frage, du hast ja wahrscheinlich mehrere Projekte und Orte in der Stadt, wo du Leerstrand beobachtest und bist ja auch öfter unterwegs, wie ist denn dein Eindruck, ändert sich da gerade was sozusagen, wird da stärker gegen Vorkang auch von Hintergrund der geänderten rechtlichen Lage und was habt ihr im Abkommen aus vor, da vielleicht nochmal eine Gesetzesänderung zu machen oder ähnliches, einfach eine Verschärfung vorzunehmen? Also ich glaube, es ist wirklich nochmal einfach ein Problem, was schon so ein bisschen punktuell einfach nochmal besonders stark auftritt. Also es gibt einfach die meisten Abwurzeln im Bezirk Mitte und die zweitmeisten im Bezirk Schöne-Hummersdorf und Schöne-Hummersdorf ist tatsächlich der Bezirk, der diese 7,92 Euro Regel per Prozess also Ersatzwohnraum, der einigermaßen bezahlbar ist, nicht ein einziges Mal bisher umgesetzt hat. Das hat jetzt nochmal eine schriftliche Anfrage von mir ergeben vor ein paar Wochen, obwohl also in hunderten Fällen wurden abgerissen gewonnen. Und ich meine, um nochmal dieses Umsetzungsdefizit einfach auch bezirks, um das so ein bisschen deutlich zu machen, es gibt auch Bezirksgene die sogenannte die Bau- und Bonusaufsicht und da gibt es das Bonusaufsichtsgesetz und das gibt es das Verbotsgesetz und das führt dazu, dass das eine bei einem Stadtrat liegt und das andere beim anderen Stadtrat. Und da gab es den einen Fall in Maasdorfer Straße 82, 83, dann Haus war es zehn Jahre lang Leerstand. Die Spuren und so ein Eigentümer waren irgendwie nicht so richtig aufzufinden. Irgendwann so nach Moskau und dann hat sich die Spur verloren. Und da hat es dazu geführt, dass der Bezirk die ganze Zeit sich überlegt hat, welche Abteilung jetzt dafür zuständig wäre mal was gegen den Leerstand zu tun. Weil das Wohnungsaufsichtsgesetz soll quasi nicht nur bewohnbare Wohnungen wieder Wohnzwecken insofern zuführen, dass dann sozusagen das wieder den Wohnstandard erfüllt und wenn das dann Leerstand ist, dann kann die Zwecke starten. Und da haben sich also die beiden Abteilungen zwei Jahre lang Briefe geschrieben, obwohl die also auf der gleichen Etage sozusagen quasi gegenüber und haben sich gegenseitig zwei Jahre lang Briefe geschrieben, dass die jeweils andere Abteilung zuständig wäre. Irgendwann an der Bezirk ist ja auch die gute Idee gekommen, dass einfach mal durch den die Idee einfach noch klären zu lassen und Selles Weh hat entschieden, also beide Abteilungen können jetzt mal was machen, Hauptsache eine müsste mal was machen. Und das hat aber so lange dazu geführt, dass also dreimal der Einziger wieder gewechselt hat und jetzt wird der Rechner abgerissen und da kommt ein großer Grobe raus tot hin. Also das sind so die Geschichten, wenn wir überhaupt jetzt mit defizit in einem Bezirk sprechen und davon gibt es dann schon einfach auch eine Menge. Und also eine Menge, weil jeder Einzelfall glaube ich häufig eben so eine wirklich, ich habe es ja gerade schon gesagt, wilde Geschichte und auch gerade die Habersackstraße ist ja wirklich einfach das Symbol glaube ich in Berlin für spekulativen Mehrstaaten. Also seit so unglaublich langer Zeit so viele Wohnungen, die teilweise zu bezüglich. Da sind ja, jetzt bei der Besetzung war ich dann auch in dem Haus und da war ja einfach die Wohnung quasi eingerichtet. Und das sieht ja teilweise aus, wenn die Leute vom Kühen Tisch weggerissen wurden mit noch und wie Geschirr was auch also unglaublich. Und ich glaube was wir, also deswegen glaube ich zwei Sachen, die jetzt wirklich wichtig sind. Auf der einen Seite sich dieses Umsetzungsdefizit nochmal anzuschauen in Bezirken. Da muss man einfach sagen, dass es schon auch häufig darin liegt, dass CDU-Stadtränte dafür zuständig sind. Also gerade in Stuttgart-Rumasdorf ist zum Fall oder auch in anderen Bezirken ist es in der Tat so, dass man das schon, würde ich sagen, danach nachweisen kann. Dann haben wir glaube ich ein Problem auf Personalebene, was durchaus auch ein Fachliches ist. Also es gibt nur in wenigen Bezirken, weil diese beiden Dinge eben doch relativ nah zusammenliegen ums Aufsichtsgesetz und so, ich sag mal weitesten sind die baurechtliche Fragen und dann so die reine Zweckentfremdung, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Zweckentfremdung nicht so genau wissen, welche Sachen sie da beurteilen und dann sage ich mal lange Briefe von Eigentümern kommen und die teilweise damit erfordert. Also der Bezirk Mitte hat als einer der wenigen Bezirke so eine Kooperationsvereinbarung geschlossen zwischen den Abteilungen, dass also in jedem dieser Fälle die Wohnungsaufsicht immer mit beteiligt wird, was tatsächlich einfach in der Umsetzung jetzt sehr klein klingt, aber wirklich in der Mütterschied macht. Und uns hat das jetzt nochmal dazu angespornt und dafür haben wir uns auch lange in die Koalitionsverhandlung eingesetzt, dass wir nach dem Vorbild von Hamburg und anderen Bundesländern diese beiden Gesetzesbereiche vereint wollen, zu einem Wohnungschutzgesetz, also Zweckentfremdung und Wohnungsaufsicht macht ein neues Gesetz, wo wir uns erstens nochmal anschauen wollen, also anhand von diesen Umsetzungsdefiziten in Bezirken, wo liegen da jetzt so die Lücken? Und zweitens eingesetzt mit einer Zuständigkeit und zwar beim Stadtplanungsamt in den Bezirken, weil wir meinen, dass es dort mehr hingehört als zu den Wohnungsämtern. Und insofern ist das jetzt nochmal was, was wir uns angucken wollen. Wir machen da in August ein Fachgespräch, auch auf Abordnenhausgebene und wollen dann nochmal nicht nur mit vielen Aktivisten und Aktivisten ins Gespräch kommen, aber auch der Mieterverein hat jetzt letztens nochmal einen Vorschlag gemacht, an welcher Stelle Sie meinen, dass man das Gesetz nochmal anpassen müsste. Also ich glaube, da ist Bewegung drin und wir wollen das auf jeden Fall wirklich verbessern, weil wir einfach merken, dass das in vielen Bezirken ein ein wichtiges Problem ist und einfach auch eine Verwertungsstrategie von Vermieterinnen und Vermietern und wenn die, sag ich mal, bezogen gegenüberstehen, wo sie eher nicht das Gefühl haben, dass sie jetzt David gegen Uriat sind, sondern umgekehrt, dann ist das mal ein Problem, das bitte kann. Ich habe ja nichts mehr zu tun, aber wenn ihr das jetzt im Ernst in Richtung Stadtklärung ansiedeln wollt, da hätte ich jetzt Schwierigkeiten mit, weil ich glaube, was man tun muss und für die Kameräuser-Angenehmenden wird nichts verbunden, man muss natürlich das, was Wohnungsämter sind, an den Bezirken, die muss man natürlich sowohl personell als auch fachlich sterben, ja, also auch hier hilft ein Weg in die Geschichte, diese Wohnungsämter sind ja gar keine eigenen Ämter, sondern sie sind Fachbereiche im Umgang und anderen Amt und sie sind deshalb keine eigenen Ämter, weil ganz lange gab es ja gar keine Wohnberechtigungsscheine in Berlin, ganz lange gab es ja gar keine Wohnraumförderung und deshalb haben die Wohnungsämter tendenziell an Bedeutung verloren und erst durch das Zweckentwahrungsverwurtsgesetz haben sie wieder so gute Eigenständige aufgenommen und die zweite oder die zwei weiteren Aufgaben, die wir haben, Belegungsbündungen kontrollieren, Wohngeld, das sind natürlich extrem wichtige Dinge, die man im Rahmen der klaren Wohnraumversorgung auch stärken muss, also deshalb finde ich, sollte man eher darüber nachdenken, ob man die Fachbereiche Stadtplanung, Wohnungsaufsicht und Wohnungsamt zusammentut in ein Amt und nicht das Wohnungsamt sozusagen jetzt da irgendwie gar nicht mehr mit Zweckentwaltung beschäftigt, also das gibt es Schwierigkeiten, mir das vorzustellen und als ich jetzt auch mal das Gesetz gelesen habe, im Vorfeld dieser Veranstaltung, da ist mir aufgefallen, dass eine Regelung fehlt in diesem Gesetz, dass der Eigentümer ist nicht verpflichtet, Leerstand mitzuteilen, sondern er ist erst nach drei Monaten verpflichtet, mitzuteilen, dass es jetzt länger als drei Monate lehrt wird. Das ist natürlich irgendwie doof, weil da weißt du gar nicht, wann er angefangen hat. Also das wäre zum Beispiel eine Überlegung wert, ob man tatsächlich so eine Anzeigepflicht macht und schon die Tatsache, dass man den Leerstand nicht mitteilt, wäre dann schon gerne unnötig gewesen. Ja, natürlich auch noch mal die Frage, was Transparenz angeht. Wir hatten das ja vorhin, dass man sozusagen anders als in anderen Ländern im Ausland Deutschland in der Regel nicht weiß, wie wir ihn gehören. Und deswegen natürlich auch die Frage nach Verfolgung von Gesetzeswidrigkeiten und gesetzwidrigem Handeln sozusagen sich häufig schwierig darstellt. Ein paar der Geschichten, die wir hier hatten, hängen auch damit zusammen, dass man die Leerstand immer gar nicht zu fassen bekommt. Wie sind denn deine Vorschläge für sowas? Naja, ich meine, Behörden dürfen natürlich ins Rundbuch drucken und die können jetzt automatisch in den Liebenschaftskataster gucken. Da steht da noch irgendwas drin. Aber häufig steht da irgendwas drin. Irgendso ein Behälter, irgend so eine GbR, weiß der Bux, irgendwas. Und die dann nachzuvollziehen in ihren jeweiligen Firmengeflechten und die wirtschaftlich Berechtigten zu finden, ist also selbst für Behörden schwierig. Abgesehen davon, dass er öffentlich einsehbar hat in den Linken Registern, dass es sowieso nicht geht. Deshalb wäre hier der Punkt, es gibt ja ein Koalitionsvertrag auf Bundesebene, gibt es ja irgendwie so eine Immobilien-Transparenz-Pipapo, haben Sie sich ja auch irgendwas reingeschrieben. Also dass man hier mal auf Bund-Länder-Ebene, da könnte die Linke Berlin natürlich sozusagen auch in Richtung von Bundestrausfraktion sozusagen, sondern hier, hat denn die Bundestagsfraktion dann schon irgendwie einen Plan, wie sie diese Initiative des Bundesweiter bearbeiten will? Soll es mehrere Gesetze geben? Soll es auf Bundesebene was geben? Soll es auf der Länderebene was geben? Also das muss man ja vorher klären. Also in Deutschland ist sich ja so gerichtet, dass die Gesetzgebungskompetenz nicht grundsätzlich bei den Ländern, es sei denn, der Rund bestimmt was anderes. Also es wäre an der Stelle also wichtig herauszufinden, was plant denn der Bund und wie sortiert sich das, was man in Berlin machen will, ein? Oder prescht man in Berlin vor, um mit so einem Transparenzgesetz zu sein? Also ich würde mich extrem begrüßen, wenn wir da einen Schritt weiter kommen, weil dieser Zustand, der sich in Deutschland entwickelt hat, der hat ja dazu geführt, dass Deutschland quasi das L-U-Rado sämtlicher Geldwäsche geworden ist, weil der Immobilienmarkt in Deutschland ist, der unregulierteste, der Bau war. Ja, das kann man sich auch mal auf die Zeichel schreiben, bis das so ist. Martha, unser Bezirk, hat, wie wir schon gehört haben, durchaus ein paar Fortschritte gemacht, dass jetzt Abteilungen miteinander Kooperationsvereinbarung schließen in Verwaltung, finde ich ein ziemlich schrägen Vorgang. Aber gut, war offenbar notwendig. Hast du den Eindruck, dass das Bezirksamt sozusagen da willig ist? Und was musste denn getan werden? In Zukunft da vielleicht noch ein bisschen mehr Nachdruck sozusagen hinzubekommen? Ist der Standort der gleiche, der letztlichste Tophäe oder oder? Der zuständig ist. Also bei Wohnen und Stadtentwicklung sozusagen. Der Standort gewohnt ist ja der E-Frei-In-Vote von der SPD und wir haben in der vergangenen Natur an der Stadträtin, die war für Zweckentfremdung. Das war die Drabune Reise und davor war jemand anderes? Verlattel. Der war schon da. Obermeier. Ja, der war schon da. Obermeier war davor, genau. Und das ist jetzt bei uns. Dieses Mal, in dem wir das Naturwechsel, gab es noch ein bisschen noch gerade ein Bezirksamt und dann sollte es eigentlich zuerst zur CDU gehen. Dann haben wir gesagt, das wollen wir auf gar keinen Fall. Könnt ihr das irgendwie ändern? Könnt ihr das irgendwie anbinden? Daraufhin hat es dann der Bezirksbürgermeister zu sich gezogen, wo ich erst mal dachte, das ist ja gut, schon mal, dass es nicht bei der CDU landet. Leider ist von Dassel überhaupt nicht davon überzeugt, dass man irgendwas tun könnte. Also der hat einfach, der hat offensichtlich gar kein Interesse daran, irgendwas zu ändern an der Situation. Was jetzt gerade im Moment so beiträgt, dass wir noch nicht mal einen Ausschuss haben, in dem das Thema Zweckentfremdung behandelt wird. Von Dassel weigert sich nämlich, in den eigentlich zuständigen Ausschuss zu kommen. Und es gibt noch nicht mal einen Ausschuss, wo das angesiedelt ist. Deswegen hier momentan einfach immer unseren Weg über Anfragen entweder in der BVV zum Selbst oder eben schriftliche Anfragen geben, die dann in der Regel nicht beantwortet werden. Das muss man tatsächlich so sagen. Stichwort Transparenz gibt es da auch einfach nicht. Stichwort Transparenz muss man auch noch sagen, als wir jetzt in der BVV einen Antrag durchgebracht haben, erfolgreich, dass nämlich Zweckentfremdung auch transparent gemacht werden muss. Weil wir gesagt haben, das ist eigentlich für die Anwohnerinnen total scheiße, wenn sie genau wissen, da hinten überstehen x Wohnungen leer und wir wissen eigentlich gar nicht, was los ist. Das ist jetzt geglückt in der BVV-Versammlung. Das dauert jetzt vermutlich wieder vier Jahre, bis ich das BVV habe. Ich werde schon wieder zynisch. Ja, aber es ist also zumindest schon mal ein Fortschritt, dass wir wissen, dass wir dann wissen hoffentlich, warum steht da eigentlich was leer oder warum werden diese Wohnungen nicht wieder vermietet. Also manchmal hat es ja auch einen Grund, manchmal gibt es ja auch logische Gründe. Selten, aber sie gibt es. Genau. Also unser Ansatz wäre jetzt, dass das Bezirksamt tatsächlich, also Stefan von Lasse mal, nicht tatsächlich auf die Idee kommt, dass man da wirklich dahinter geht und tatsächlich den Wehrstand auch als Problem begreift. Das hat er momentan so Schaufelstände, wie sie schon getan. Aber wie gesagt, meine Anfragen werden in der Regel nicht beantwortet. Und genau, es scheint alles auf dem Schreibtisch liegen zu bleiben, was sicherlich auch mit der Personalung zu tun hat. Aber auf der anderen Seite war Stefan von Lasse auch einer derjenigen, der sich geweigert hat, den Haushalt eben noch besser auszustatten, der sich geweigert hat, sich auch nochmal an seinen Parteikollegen den Finanzsenator zu wenden, dass die Bezirke besser finanziell ausgestattet werden sollen. Es wäre nämlich ein Hebel gewesen, wo man hätte sagen können, da gehen wir an der Stelle, wir sitzen vor nach oben, da schaffen wir mehr Stellen für den Bereich Zweckentfremdung, weil es uns nicht was wert ist, dass Wohnraum auch mit solchen genutzt wird. Dankeschön, ja. Es war auch ein guter Hinweis darauf, dass jeder von euch und Ihnen auch was machen kann. Also wenn ihr irgendwo Zweckentfremdung von Wohnraum und auch Leerstand feststellt, dann oder zum Beispiel die höchste Vermietung, ob es nicht genehmigt ist, kann man durchaus mal einen Hinweis geben an das Bezirksamt und kann da mal nachfragen, ob es zum Beispiel Leerstand geben, wenn das gerade mehr länger als drei Monate sind, ob der genehmigt ist oder nicht und dann prüfen wir das auch. Und wir haben sozusagen allein hier in dem Kiez, wo jetzt unser Wahlkreisbüro ist, das Sprengbüro, diverse Fälle schon gehabt, wo Wohnungen leer stehen oder illegal umgebaut worden sind oder ähnliches, wo uns einfach Unwohnerinnen und Anwohner Mante gegeben haben und wir dann nochmal recherchieren konnten für Mantefragter in der Bezirk. Also das kann sozusagen durchaus jeder und jeder was tun. So, jetzt würde ich es mal an die Runde geben. Wer möchte denn hier eine Frage stellen oder was sagen zu dem Thema oder... Ja, bitteschön. Ja, ich bin Ingrid Schiffern und ich gehöre zu einer Nachbarschafts-Initiative, die schon seit sechs Jahren versucht, so einen schönen Liegenstil-Altbau zu retten, vor einer Eigentümerin, die eine von denen ist, die nicht so richtig ökonomisch stängt und merken, wie die Ideen hat und sich auch komisch verhält. Das ist der Auslandspunkt gewesen und da sind wir auch nur noch dran und drängen das Bezirksamt und die kommen jetzt so ein bisschen langer in die Gänge, aber bis zum teuren Einsatz, der uns vorschickt, denke ich, wird das noch endlos lange dauern und das Haus wird nicht besser durch diese Zeiten, die da vergehen. Und wir haben uns aber auch eben um andere Lehrstellen gedacht, wir haben gekümmert gerade zu uns haben mit der Pandemie, wir haben viel Zeit gehabt, um einen Fahrrad umzufahren und haben eine Liste erstellt von fast 80 sogenannten, wir nennen sie so Problemimmobilien, die nicht unbedingt, das ist nicht mal ganz geklärt, aus spekulativen Gründen mehr gestanden haben, sondern auch weil da irgendwelche Eigentümer- und merkwürdig-Verhalten oder Erbstreitigkeiten oder andere Gründe, die nicht unbedingt spekulativ sind, vorliegen. Und wir merken, dass eigentlich in keinem Bezirk diese sinnvollen Gesetze angewendet werden. Und nun haben wir uns gefragt, und fragen vielleicht auch speziell Katrin Longschal, ob sie eine Chance dann sieht, dass mal der Senat, der doch eigentlich interessiert daran ist, dass die Bezirke das umsetzen, dass der mal so einen Präzedenzfall an sich zieht und zeigt, wie es geht. Macht er ja bei anderen Geschichten auch manchmal, dass er dem Bezirk etwas entzieht und das an sich nimmt, ob das die Chance wäre, mal einen Fall durchzuspielen und den Bezirken auch Handlungsmöglichkeiten oder Anweisungen oder Vorschläge zu machen, was da ginge. Das war meine Frage. Sehr spannende Frage, danke schön. Das ist zwar nicht der Senat, aber der denkt wie der Senat. Ich hoffe nicht. Nein, es ist, ich sag mal, das ist ein bisschen diffizierend. Weil wir haben ja aus gutem Grund eine vollziehende Verwaltung auf der Ebene der Bezirke und wir haben die Ministeriale Verwaltung auf der Hauptverwaltung stehen. Also operative Aufgaben hat der Senat weniger und die sind gesetzlich bestimmt. Das heißt, wenn man das wollte, dass es da sozusagen auch eine Vollzugsbeantwortung durch den Senat geben soll, dann müsste das unbedingt auch in das Wohnraumschutzgesetz. Weil sonst hätte man natürlich keine gesetzliche Grundlage. Was mir, naja, wenn die beiden Gesetze zusammengeführt werden sollen und man möchte, dass der Senat da auch was machen darf, dann braucht man dafür eine gesetzliche Grundlage, die müsste in dieses Gesetz. Also hier Ausführungsgesetz zum Baugesetzbuch. Da ist geregelt, dass der Senat auch Bebauungspläne durchführen kann und dass er die auch an sich ziehen kann. Wenn es so eine Regelung nicht gibt, kann man es nicht machen. Aber ehrlich gesagt finde ich, das ist eine ungefriedigende Lösung, weil das würde ja bedeuten, dass Gesetze in Berlin fakultativen Charakter haben. Sondern man müsste eigentlich eine Situation herstellen, in der gegen Bezirke, die also nachweislich gesetzliche Pflichten nicht erfüllen, natürlich mit Mitteln der Bezirksaufsicht vorgegangen wird. Also diesen Präzedenzfall, den würde ich gerne sehen. Und dafür könnten sich jetzt auch meine ehemaligen Mitstreiterinnen für stark machen, dass man in Fällen, obwohl dokumentiert ist, dass die Bürger einfach nicht tun, was sie tun müssen, dass dann die Bezirksaufsicht tätig wird und entsprechend sanktioniert. Und das zweite, was ich mir vorstellen kann, das wäre eine Aufgabe sozusagen der willigen Bezirke und dabei sollte der Senat unterstützen. Man könnte natürlich so eine Art Taskforce Wohnraumschutz bilden, wo sich Bezirken zusammenschließen und die dann sozusagen für alle Bezirke handelt. Das kann ich mir wiederum sehr gut vorstellen, dass man so was macht, also dass man da solche Präzedenzfalle ansiedelt. Und da kann der Senat natürlich sowohl initiierend als unterstützt werden. Also das wäre aus meiner Sicht sinnvoll gewesen. Dankeschön. Ich hätte noch eine Nachfrage, was ist die Bezirksaufsicht und was kann die machen? Wer würde da dann zuständig sein? Also ich könnte mal sagen, da fragt der eine Niklas mal den anderen Niklas, wenn er wieder in der Fraktion ist. Also die Bezirksaufsicht ist beim Innensenat angesiedelt und da gibt es im Bezirksverwaltungsgesetz, gibt es § 13, schieß mich tot, wo drin steht, was der Senat machen kann, wenn Bezirke nicht so tun, wie sie gesetzlich verpflichtet sind. Also das ganze Verhältnis der Art und Bezirke wird sowieso in den nächsten Monaten sozusagen auf den Prüfstand kommen, weil in der Koalitionsvereinbarung auch vorgesehen ist, dass wir das AZG und alles, was sozusagen da dran hängt, komplett neu machen wollen. Und die klare Frage Aufgabenteilung und Aufgabentrennung wird dort auch nochmal zur Sprache kommen. Und die Bezirksaufsicht ist natürlich ein Teil dieses ganzen rechtlichen und verwaltungsmäßigen Komplexes. So, jetzt ganz der Einführung. Gehe ich mal aus dem Mikrofon, bitte. Ja, die geht ein bisschen in eine andere Richtung. Also das hat nicht unmittelbar mit Leerstand zu tun, aber ich habe eine Befürchtung und zwar, das haben ja alle, die sich dafür interessieren können, in den letzten Wochen gelesen, dass in den letzten zwei Jahren noch Unmengen von Umwandlungsgenehmigungen erteilt werden mussten, weil das Gesetz erst später ergriff. also 2020 und 2021 und in einem, ich glaube, zusammengenommen 40.000 Wohnungen oder nur in dem Dreh. Und die Frage ist, also ich wohne zum Beispiel in so einem Haus, Achelius hat noch, bevor es dann Heimstaaten das sozusagen weitergereicht hat, noch alles umgewandelt und droht da sozusagen auch nochmal was mit Verzug zu kommen und trotz, Trotz, na, ich weiß nicht, dieses Schutzgebiete sozusagen, Trotz-Miliösschutz. Trotz-Miliösschutz sozusagen, irgendwann, ich glaube, da läuft ja eine Frist auch aus und das würde ich gerne in diesen ganzen Wohnaspekten mit reinnehmen. Also das nachhame ich es ja, also jetzt das Lehrstand daran interessiert mich ja auch sehr, aber ich befürchte, dass vielleicht ein anderes Bömmchen, was ja schon am Bezündchen und Zündeln ist, auch noch hochgehen wird. Dankeschön, dann kann ich jetzt was dazu sagen. Ich hätte gerne ganz kurz was zu sagen. Es ist tatsächlich so, dass in den letzten, ich kriege es jetzt nicht mehr ganz genau zusammen, in den letzten fünf oder sechs Jahren waren über 120.000 Wohnungen in Berlin umgewandelt worden, Vermiette in Eigentumswohnungen, also unfassbar viele. Und überhaupt das ganze Umwandlungsgeschehen über die letzten Jahre hinweg ja wirklich enorm ist. Und auch in vielen Milieuschutzgebieten ja viele Umwandungen trotzdem auch genehmigt wurden. Ich fange mal mit sozusagen der guten Nachricht an, dass wir jetzt so eine Umwandlungsbremse haben. Das ist mal eine Sache, man glaubt, dass kaum die Positiv von der Bundesregierung kam, auch im Rahmen des Veräumungsgesetzes. Und das habe ich jetzt auch letztens abgefragt. So erste Bilanz seit September letzten Jahres gilt es, man kann wirklich sagen, dass das Umwandlungsgeschehen in Berlin weitgehend zu maligen gekommen ist. Weil auch diese Regel einfach aussagt, dass jetzt Wohnraum nur noch dann umgewandelt werden kann in Eigentumswohnungen, wenn zwei Drittel der Mieterinnen und Mieter in einem Haus die Absicht klar äußern, dass sie ihre Wohnung kaufen wollen. Und das ist in aller Regel nicht der Fall. Wir haben auch Bundesinnen immer kritisiert, das ist eigentlich nicht weitgehend genug. Weil wenn es dann die zwei Drittel gibt, dann sind die ein Drittel der Mieterinnen so richtig angearscht, ehrlich gesagt. Und dann ist es noch ein Verbrengungsmotor. Aber ich glaube, in der Praxis wird sich auch immer hinterstellen, dass diese zwei Drittel-Regelung schon ganz gut ist. Und dass man einfach auch in Bezirken sieht, wie immer Holz-Rotz-Wohnungen waren und die in Eigentumswohnungen, und dass das einfach, wie gesagt, weitgehend genug ist. Ich glaube, die schlechte Nachricht ist eindeutig, wenn so viele Wohnungen in Eigentumswohnungen ungewandelt worden sind, dass so eine ganze Reihe, und das wird uns in den nächsten drei, vier, fünf Jahren, glaube ich, begleiten, Eingedagskündigungen ausgestellt werden. Das wird nicht überall der Fall sein, nicht in diesen 120.000 Wohnungen. Aber ich glaube, so eine Welle der Verdrängung, die im Volk von diesen Eingedagskündigungen kommt, die wird auf uns zu wollen. Und da können wir auch tatsächlich als Berlin nichts machen, weil einfach Eingedagskündigung auch wieder eine Tatsache wäre, wo die Bundesregierung ran müsste. Insofern glaube ich, mindestens das auf dem Schirm machen ist, möglichst frühzeitig adressieren und dann die Möglichkeit schaffen, dass man einen anderen Wohnraum findet. Aber das ist auf jeden Fall eines der vielen ungewissen Probleme, wo die Bundesregierung letztendlich braucht. Kann ich noch mal kurz dazu ergänzen? Also, weil du das jetzt gerade so sagst. Ich habe ja gesagt, ich wohne jetzt in einem Heimstaaten vor einem Achilius-Haus. Ich weiß ja nicht, wie viel Wohnung Achilius noch umgewandelt hat. Und wäre das denn nicht zumindest in diesem, sagen wir mal, seligen oder auch in einem halben unseligen Bündnis, was Frau Giffey da mit mehreren Karten auch einen Aspekt gibt, die riesigen Gesellschaften abzutrotzen, dass sie eben nicht irgendwann, also in meinem Fall da müsste uns ja erstmal ein Vorkaufsrecht eingeräumt werden vor dem Verkauf. Aber das hilft ja den Mietern auch nichts. Wir werden auch nichts kaufen mitten in Charlottenburg. Also wäre das nicht auch noch ein Aspekt als Verhandlungsmasse einzubringen? Also die Koalition hat ja angeblich viel vor. Ja, also ich glaube, wir könnten den ganzen Abend darüber eröffnen, was man alles noch gut in dieses Volusbrittes hätte reinverhandeln müssen. Ich glaube, das liegt eine ganze Reihe an Fragen auch zu Zwangsröpfungen, die ausgeschlossen werden müssen. Oder überhaupt auch zu Mietestopp hätten wir uns, glaube ich, alle als Linke wirklich deutlich mehr erhofft und gewünscht. Und das zeigt einfach nochmal, dass diese freiwilligen Vereinbarungen sehr begrenzt sind und dass wir einfach wirklich erstens das Bundesmietrecht ändern müssen. Und das ist einfach eine Frage, wo wir den Bund auch nicht aus der Verantwortung entlassen dürfen, dass wir gleichzeitig gucken müssen, was geht in Berlin. Und da beschäftigt uns natürlich weiter die Frage der Vergesellschaftung. Geht auch um so Fragen, wie wir diese Gesetze hier anpassen können. Oder vielleicht, was wir doch auch noch anderes finden. Man müsste sich, glaube ich, schon nochmal angucken, was mit dem Recht des Wohnungswesens, womit damals ein Wiedendeckel ist, weil das geht nicht. Aber was vielleicht, wenn es damit noch alles möglich ist, kann man sich, glaube ich, nochmal angucken. Der ist auch im Vorschlag, so Marktzugangsbeschränkungen zu machen. Also ich glaube, die Diskussion, auch kreative Ideen noch weiterzuentwickeln, weil wir wissen, dass der Bund einfach Berlin tatenlos den Mietenwahnsinn im Grunde genommen überlässt, die wird auf jeden Fall noch weiter erwachsen. Ich kann ja in meiner Situation jetzt mal so Bratschläge von der Seite kleben. Was ich ganz schön finde. Also wir haben ja in Berlin eine aktive Mieter-Profession. Und ich finde, das wäre jetzt auch mal ein schönes Thema, wie man sich überlegt, dieses, ich sehe das auch als Zeitbombe. Wobei, wenn institutionelle Eigentümer, sozusagen massenhaft Bestände umwandeln, ist ja noch nichts passiert. Sondern passieren tut das, sobald sie den Käufern anbieten, nachdem die Mieter ihren Vorkauf nicht wahrgenommen haben. Also erstens ist, glaube ich, vielen Mietern nicht klar, dass sie eigentlich ein Vorkaufsrecht haben. Das heißt, da muss man Propaganda machen. Und zweitens wäre es wahrscheinlich wirklich notwendig, dass man die beziehungsweise Mieterberatungen, sozusagen auch auf dieses Thema hin wird, ausrechnen. Drittens wäre es ganz schön, wenn die MieterInnen, die in solchen Häusern wohnen, von solchen institutionellen Eigentümern, wenn die voneinander wüssten und sich verletzen würden. Und man diese, sagen wir mal, Unattraktivität für künftige Käufer so ein bisschen zum Thema machen würde. Also da sind ja keine Grenzen gesetzt. Und dass das wäre, aus meiner Sicht, ja, jede Krise ist ja auch eine Chance, tatsächlich ein Feld, auf dem man sozusagen nochmal eine neue Protestbewegung etablieren könnte. Herr Steffen vom MieterTV, P2P und der Akkrist natürlich in der Stadt überall unterwegs. Das heißt, dass man doch keine Idee kommt, wenn die umgewandelt werden, die Wohnen und die MieterInnen in Vorkaufsricht haben. Ob man da durch einen Verband oder irgendwelche Gründen kann, wo man sich verändern kann. Und dann wie die Genossenschaft und zusammen mit Vollmächtig, dass man die Wohnen aufkaufen kann. Und die Personen, die praktische VorkaufsrechtInnen bevollmächtigten, irgendwie da halt. Und dann praktisch viel Kraft entstehen kann, weil die meisten, die in Berlin können sich die MieterInnen kaufen, wollen es vielleicht auch gar nicht oder sowas. Eine Mietwohnung hat ja auch einen Grund, weswegen die Mietwohnung es gibt. Es wird gerade gekommen, der ich danke, der vielleicht zu verfolgen wäre. Denn würde ich mich bei der Frau Schipper bedanken. Die macht tolle Arbeit mit dem Lehrstand auf Decken, mit der Gruppe schon verfolgt gehabt. Und hier mit den Beschlagnahmen ist ja alles möglich. Weil, wie hat man darüber berichtet gehabt, hier auch Gammelhäuser oder wie lange der stehen, dass der Bezirk oder die Stadt eben wirklich eine Tatsache beschlagnahmen kann, wie vorhin auch schon erwähnt worden ist, wird bloß viel zu wenig gemacht irgendwo und unter Zwangsverwaltung gestellt werden. Mich bedeutet auch, dass wenn jetzt so eine Fälle sind wie Zweckentfremdung, dass dann die Eigentümerin klagen kann und solange der Gerichtsprozess läuft, der über einen Jahr zehn oder länger laufen kann, die Buden weiter leer stehen. Und hier, dass auch man da irgendwas machen kann, dass man als Stadt trotzdem beschlagnahmen kann und der kann halt klagen, wie er will, dass man handelt, weil wir haben ja einen Wohnraummangel. Und wenn jetzt zum Beispiel 18 Jahre auf dem Jahr Abersatzstraße abgerissen werden dürfen, das ist so ein riesen Skandal, weil dann kommen die Geldwächer, bezahlen das Ecke Monoppreise, sozusagen zwischen wirtschaftlichen Schlafpreisen, und dann kann man halt Berlin abgerissen werden, wo kommt man da hin? Also, das kann nicht sein. Dankeschön, eine gute Frage. Dann kommen wir da hin. Hallo, ich bin die Nicole. Ich bin heute als Bündnis gemeinsam gegen Obdachlosigkeit hier. Und zwar, am kommenden Mittwoch sollten ja die obdachlosen Menschen gezählt werden. Wir als Bündnis sagen, es sollen parallel auch mal die Leerstände in der Stadt gezählt werden, wo auch Airbnb unter Modernisierungsvorbehalt stehende Wohnungen damit drinne stehen könnten. und wie die Linkspartei oder der Senat das anschieben könnte, dass man eine Kooperation zwischen dem Sozialsenat und dem Außenat machen könnte, dass die gemeinsam daran arbeiten, dass bis zur Zählung der Obdachlosen im Januar auch parallel die Ressourcen mal offen gelegt werden. Ich habe ein bisschen eine Frage, wie sehr kann sich denn die Verwaltung oder kann, will und darf sich so weiter transparent machen, wenn sie solche Meldungen von Lehrstunden gibt. Bei meiner Erfahrung ist eigentlich, dass es im Innenbezirk da relativ großen Zuspruch gibt, dass Leute, wenn sie sowas finden, auch uns aktiv eintragen. Wir haben in Pankow ja auch den Fall, dass mit der Deutschen Wohnungsvollen Eignung ein ganz großer Lehrstatt aufgedeckt und skandalisiert wurde. Nur für Bürgerinnen ist die Erfahrung natürlich erstmal ich melde das und dann passiert ja gar nichts. Wenn ich Glück habe, dann würden mir irgendwann auch mal gesagt, ja sorry, du konntest nichts machen und so. Und ich glaube, das ist in vielen Fällen kann man dann vielleicht auch nichts machen, außer was anschieben, aber ich frage mich dann, wie kann ich es für die Bürgerinnen irgendwie trotzdem interessanter oder mehr rewarding machen oder eben zumindest irgendwie dann besser darstellen, was das Problem ist, damit nachvollziehbar ist, was jetzt gerade nicht passiert. Deswegen diese Frage, was kann da fehlen, Verwaltung da an der Stelle machen oder ist das sowieso ein interner Vorgang, wo dann letztes Ergebnis umgegeben werden kann. Ja genau, ich habe gerade schon kurz was dazu gesagt. Wir haben in der Netzwerterversammlung in Mitte jetzt Gott sei Dank durchbekommen, dass Lehrstand und Zweckentfremdung transparent gemacht werden soll. Die Frage ist immer noch, wie das Bezirksamt das dann durchsetzt. Das kann immer noch sein, dass wir dann sagen, okay, das machen wir jetzt nur dem Ausschuss für Stadtverwicklung in öffentlichen Teilen transparent. Das wäre immerhin schon bei der Möglichkeit, dass dann viel und leider irgendwelche Unterlagen rausgekommen sind. Also unsere Argumentation war dann nämlich, dass wir sagen, okay, wenn jetzt hier für ein Haus leer steht, also wenn dann Mieter und Mieter in Miet werden, dann könnte das nicht sein, dass es jetzt verkauft wird oder so. Das könnte dann ein guter Ansatzpunkt sein, auch für uns als Partei natürlich, nicht unter Leuten mit sich wegzukommen und sie darauf hinzuweisen. Dass es hier nämlich bald ein Problem geben könnte oder ein Problem schon beginnt. Und wir, genau, wir sie dabei natürlich unterstützen werden, um alles was geht, zu verhindern, dass da hier weiter ein Betrifizierungsprojekt raus wird. Und wie genau das Bezirksamt das jetzt alles umsetzen will, das ist die nächste Frage. Aber immerhin der erste Schritt, dass die Bezirksamt dann transparent gemacht werden soll. Die sind wir schon gegangen und dann werden wir mal sehen, was das Bezirksamt sich da ausdenkt. Ja, also vielleicht nochmal sozusagen zu den Häuserzielen, wie ich es jetzt mal nenne. Ich glaube, wir kommen da immer wieder bei dem Thema, aber zwar jetzt einfach auch raus, dass wir uns auf den Immobilien haben. Ich will noch mal eine konkrete Sache sagen. Also, der Bund plant ja, du hatten ja erst erzählt, das Immobilienregister. In Berlin haben wir einen Koalitionsvertrag mit dem Bonus-Kataster. Das ist im Grunde genommen ja auch die Wunsch, die Idee wäre, dass man ein Kataster hätte, was öffentlich einzigartig ist, wo du siehst, also sozusagen Einkümer und Miethöhe. Was dann auch sehr gut ist, weil du dann schon weißt, was die mit der Wien-Personse zum Beispiel ist und so. Das wäre eigentlich die Idealvorstellung. Und das Absurde ist, dass diese Daten, die man dafür braucht, zum Bonus-Kataster aufzubauen, auch vorliegen. Bloß die verschiedenen Verwaltungen, die das im Grunde genommen haben, also die Zahl der anderen und so, die dürfen noch nicht miteinander kommunizieren. Und das ist auf Senats-Ebene noch nicht ganz entschieden. Da hat man sich noch keine entscheidende Meinung dazu gebildet, inwiefern das jetzt was ist, was in die Gesetzgebungskompetenz des Landes fallen kann. Und weil man jetzt mit dem Mietendeckel gekippt wurde, gibt es jetzt eine ganz große Angst davor, dass man vielleicht nochmal so eine ähnliche Situation erleben könnte. Also das ist aber, finde ich, schon eine ganz relevante Sache. Und die andere, die nochmal ein kleines bisschen woanders hinführt, aber wir wollen jetzt auch nochmal, und das ist verabredet auch im Rahmen dieses Mietendeckel-Kataster, das haben wir jetzt im Haushaltsverhandlungstrag durchgesetzt, dass wir eine neue Sonderauswertung zu Berliner Wohnungsmarkt machen wollen. Eigentlich auch im Zugriff von Deutschen Wohnkunden eignen, weil wir ja gar nicht wissen. Das finde ich auch ganz lustig, weil wir ja immer gesagt haben, diese Grenze von 3.000 ist so willkürlich. Jetzt steht es hier im Wohnungsprinzip auch drin, dass alle privaten Wohnungsunternehmen mehr als 3.000 Wohnungen. Und wir wissen gar nicht, wer hat in Berlin eigentlich mehr als 3.000 Wohnungen. Und das ist eben auch die Idee, dass wir nochmal extra einen kleinen Titel eingebaut haben, um so einen Sonderauswert bei Berliner Wohnungsmarkt zu machen, um uns nochmal anzuschauen, auf wen trifft jetzt denn endlich alles zu, welche Unternehmen über den Planen tatsächlich mehr als 3.000 Wohnungen. Das ist jetzt noch nicht, dass wir dann ein öffentlich einsehbares Register haben, wo steht, 10 Wohnungen sind leer oder sowas. Und für Anzeigenpflicht, das merke ich mir auf jeden Fall in einem Wohnraumschutzgesetz. Aber ich will nur sagen, dass die Themen ein Stück weit miteinander zusammenhängen. Und gerade die Transparenzfrage, glaube ich, eine total entscheidende ist, weil es einfach die Grundlage für politische Regulierung ist. Ich würde gerne kurz was dazu entgegnen. Ich glaube, das kann immer unsere Zivilgesellschaft ein Stück weit erfolgen. Es gibt ja lehrstandsmelder.de. Und wenn das in den Kiezbüros angesiedelt werden könnte, könnten die Leute im Stadtteil hingeben, das öffentlich eintragen nach verschiedenen Parametern. Da würde das auch von der Bevölkerung in Berlin anders mitgetragen werden. Ohne dass man da irgendwelche gesetzlichen Regelungen braucht. Und das kann wieder Jahre in den Land gehen. Ja, das ist so. Ja, dazu wollte ich auch was sagen. Also lehrstandsmelder.de ist sozusagen ein zivilgesellschaftliches Projekt, was aber natürlich nur bis seine Grenzen hat. Also man kann, und da bin ich mir sicher, dass da nicht nur die Datenschutzgrundverordnung, sondern auch irgendwelche grundgesetzlichen Eigentumsschutz, Betriebsgeheimnisse, und so wird eine Rolle spielen. Also sowas kann ja die Behörde gar nicht betreiben. Was aber eine Zivilgesellschaft natürlich machen kann, ist das, was sie selber herausfinden kann, zusammentragen und auch publizieren. Das kann sie natürlich immer machen. Und dazu muss man auch alle ermutigen, das zu tun. Was wiederum die Behörde machen können. Und dafür bedeutet jetzt aber auch kein Gesetz. Also es gab mal Initiativen, als ich im Bezirksamt in Lichtenberg war, da haben sich die Menschen darüber aufgeregt, dass man im Ordnungsamt irgendwie sagt, da ist Müll und da ist nicht schön und dann erfährt man gar nicht, was da los ist. Und dann gab es einen Bezirksamtsbeschluss, der geregelt hat, dass alle Beschwerdeführungen innerhalb von x Tagen müssen eine Antwort bekommen vom Ordnungsamt, was damit passiert ist. Soweit kann man unterhalb einer gesetzlichen Regelung auf Bezirksebene machen. Und dafür ja vielleicht dann auch eine Anregung, dass, also weil es gibt ja diesen Lehrstaat und Zweckentfremdungsmelder auf der Hochwelt aller Bezirksämter, dass die Leute sozusagen verpflichtend ein Feedback bekommen müssen. Da wird heute keine gesetzliche Regelung. Das kann die Administration einfach selber machen. Und sie könnte dazu von der BVV aufgefordert werden. Und was mir zu eurem Umwandlungsfall, Heimstern, Aktienvers eingefallen ist, die Rekommunikation der Karnatsallee ist genau so gelaufen. Das sind Eigentumswohnungen gewesen. Und wir haben seinerzeit in diesem Projekt angeleiert, dass die GEWO-Bag, und es wurden auch Genossenschaftsinitiativen irgendwie versucht, die Zutaten am Sandeverlauf und was auch immer. Also dass man sozusagen die Bewohner dazu bewegt hat, ihr Vorkaufsrecht an die GEWO-Bag zu übertragen. Und so viel, dann hatten die irgendwann so viel, dass sie Verhandlungsmasse hatten. Das wäre natürlich wirklich eine extrem lustige Veranstaltung, wenn man das jetzt mal in Bezug auf Heimstarten auch hinbekommen könnte. Also da müssten sich aber erstmal die Häuser vernetzen. Also der Erfolg der Rekommunalisierung der Karnatsallee war die aktive Mieterschafter. Wenn es ja nicht den Mieterrat gegeben hätte, der schon Jahre vorher existiert hat, und es auch sozusagen wie so ein Wegweiser funktioniert hat für die politische Aktion dann, dann hätten wir das nicht in Ruhe. Also ein Negativbeispiel ist das Haus, wo man beim Sprengbohr drin ist. Das ist 97 ungewandelt worden in Eigentum. Dann haben die Mieter ein Vorkaufsrecht bekommen, für damals pro Wohnung zwischen 40.000 und 60.000 D-Mark. Unsaniert. Da hat kaum jemand gemacht. Die haben 150 Mark Miete bezahlt, warum sollten die ihre Wohnung kaufen. 10% ungefähr haben sie damals gekauft und dann ist das durch mehrere Hände gegangen. Und jetzt hat Scovillo als letzter Investor jetzt einzeln für 300.000, also 370.000, 450.000 Euro pro Wohnung verkauft. Gute Rendite, wenn man sich so anguckt. Und jetzt kommen die neuen Käufer und Käuferinnen und machen genau das, nämlich die Eigendarfsklagen. Sozusagen auch was. Da gibt es ja nochmal zeitlich gestaffelte Fristen dafür, da könnt ihr alles in Brot rausschmeißen. Aber es ist natürlich trotzdem ein Krieg gegen die alteingesessenen Menschen, die da zum Teil seit 40, 50 Jahren wohnen. Und das Absurde ist ja, da geht es ja nicht mal um große Investoren, die da kommen, sondern es sind dann wirklich sozusagen Ingenieur Dr. XY von Bayer oder so, die da einziehen und sozusagen die langen Mieter ausklagen. Also schon ein guter Vorgang. Daniel möchte das Abschlusswort haben heute. Nee, ich wollte gleich was dazu sagen. Also wir haben alle Eigenbedarf an günstigen Wohnräumen. Und ich möchte auf die Initiative hinweisen, Eigenbedarf kennt keine Kündigung. Das ist eine Initiative, die sich in Kreuzberg in der Rechenberger Straße gegründet hat. Und wir haben das mit unserem Einklima selber erlebt. Herr Dr. Bischotter wollte seine Tante Mahles in der Hektarstraße unterbringen. Und die Dame, die dort mit 84 Jahren Schwerstpflegefall gekündigt werden sollte, die da ihr Leben lang gewohnt hat, sollte dann raus, weil er keinen anderen Wohnraum hat. Und das haben wir natürlich skandalisiert und haben gesagt, also in der Habersaat hat er 85 leere Wohnungen. Er baut jetzt gerade oben in Birkenwerder. Da hat er ja hier von dem Herrn Stettner dieses riesige Gewerbegebiet gekriegt. Und da will er jetzt also, ach mir kommen gleich die Tränen, da will er jetzt Sozialwohnungen bauen und Eigentumswohnungen und alles, was er da bauen will. Also Wohnraum ist ja da, Wohnraum muss erhalten werden. Und ich finde, die neue Koalition hat sich das ja in ihrem Koalitionsvertrag geschrieben, dass eben behutsame Sanierung im Bestand, weil es eben auch immer heißt, Bestandsschutz ist eben auch Mieterendschutz. Also das heißt günstige Mieten und ich kann verstehen, wenn die Nachbarschaften so ein bisschen immer despektierlich auf uns gucken da, ja, aber wir retten denen den Arsch mit dem Mietspiegel, ja, weil bei uns liegt das zwischen 3 Euro und 5,50 Euro. So, und um die Ecke ist Achelius, da sagt mir eine Nachbarin, naja, also wir müssen jetzt ausziehen, weil wir zahlen jetzt 27,30 Euro pro Quadratmeter. Das muss man sich mal vorstellen für eine Wohnung, weil dann Fahrstuhl drin ist. Ja, und ich meine, das ist einfach irgendwie ein Ding. Deswegen, es gibt kein Recht auf Wernstand und es gibt auch kein Recht auf Rendite. Punkt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben jetzt beide das Schluss noch gesehen und wir wollten auch schon Schluss machen. Du kannst ja ganz schnell noch... Ich habe nur noch eine Frage. Okay. Weil ich bin ja betroffen davon, dass ich bin ja über 20 Monate mit vielen anderen, die ja quasi noch besetzt sind und der Röder hat ja immer immer, er hat da noch ein bisschen zu tun und er hat gesagt, ja, schiebt das immer auf ein Eigenklimmer, quasi was können wir da tun? In der Habersatzstraße? Ja. Ja, gute Frage. Ich muss vielleicht mal Martha was zu sagen, oder? Als Bezirkschefin. Ja, also genau. Das Problem ist ja, dass das Bezirksamt sich jetzt mit dem Eigentümer auf diesen Tier geeinigt hat. Und da haben wir jetzt als Bezirksverordnetenversammlung jetzt x Beschüsse dazu, dass wir nämlich diesen Tier nicht mitmachen wollen. Das haben wir, glaube ich, schon vier oder fünfmal beschlossen, dass wir nämlich nicht in so einen Vergleich reinkommen können, wollen in so einen Deal, das dann hier irgendwie abgerissen wird und das, genau, das schöne Feigenblatt der Winterhilfe da einfach nur davor hängt. Genau, das Bezirksamt macht leider dann doch, was es will. Also Stefan Van Dassel ist jetzt sehr glücklich mit dem Deal, den er bekommen hat, mit dem Eigentümer und will das jetzt einfach durchbringen. Deswegen wird unsere Strategie jetzt sein, weiter zurückzumachen. Katrin hat vorhin nochmal einen Vorschlag gemacht, da werde ich auf jeden Fall nochmal auf Sven Dietrich zu gehen, der auch die Habersandstraße seit vielen Jahren und Jahrzehnten betreut. Genau, wir werden auf jeden Fall weiter dran bleiben, wenn man die Klasse vielleicht noch. Also leider auch relativ wenig konkret ist, aber ich kann einfach nur sagen, dass wir da weiter auch, oder sozusagen jetzt auch von alles in der Außen versuchen, irgendwie weiter mit dem Bürgermeister in der Stadt in Kontakt zu bleiben. Ich habe letzte Woche ein paar Mal den Kunde telefoniert. Er wollte jetzt am Montag mit von Lasse, der war ja in dem Urlaub nochmal darüber sprechen, dass auf jeden Fall die Abwärtsgenehme jetzt erstmal nicht erteilt wird, sondern man eben auch nochmal weiter im Gespräch dabei bleibt, dass die Tunnel verlängert wird. Das ist aber leider das Problem, dass bisher noch nicht so ganz klar ist, die Rechtslage, ob jetzt der Einnehmer eine Kündigung braucht, ob es auch im einstweiligen Verfahren geht und so weiter. Das ist noch nicht so richtig klar, wie ich jetzt bisher nur mitbekommen habe. Insofern ist völlig klar, dass ihr da nicht raus sollt und wir das auch versuchen, mit Einrichtung zu verteidigen, aber das einfach tatsächlich die Entscheidungsschlüssel der Bezirkswurgemeister hier hat und wir von Landesgebühren versuchen, auch weiter die Ökonomisierung ins Spiel zu bringen. Ich glaube, wir müssen in eine Verhandlungssituation mit dem Eigentümer kommen und die kommen, wenn wir den Abriss klar nicht gelingen. Und dann muss es, glaube ich, um die Frage Kauf, oder kann man das planungsrechtlich und planungsrechtlich irgendwie sichern? Es sind tatsächlich sehr unbefriedigende Antworten, weil es einfach immer überwandelt und schwierig und so ist. Ich erlebe zumindest den Stadter Goethe als billig und offen. Und jetzt müssen wir gucken, was wir damit noch machen können. Gut, schönen Dank. Dann danke an alle, die hier waren. Danke, dass ihr mitgelaufen seid. Wir haben da tatsächlich alle dabei, den langen Weg auch von euch waren. Danke für die spannende und gute Diskussion gerade. Und wir sind alle, glaube ich, ansprechbar hier und irgendwie kontaktmäßig im Netz zu finden und sonst irgendwo. Und vernetzen ist, glaube ich, auch das Stichwort. Also die Häuser und die Wohnungen und so weiter, die in der Stadt jetzt umgekämpft sind, glaube ich, wenn die nicht zusammenschließen und machen sie auch schon, dann ist da allen geholfen. Und ansonsten wünscht ich euch einen schönen Abend. Und wir sind uns sicher, wobei ich seit dem Ehen halt mal wieder im stadtpolitischen Kontext. Ja, vielen Dank und wir kommen gut nach Hause. Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank.